Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen Sie nur einem Zweck, die ganze dänische Westküste von den deutschen Landmienen zu befreien, die Sie so vorher hergebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Zeltweg liegen 45.000 Minen. Ihr werdet ihr allen schaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Ich hab eine! Ich hab eine! Scheiße. Stopp! Stopp! Das sind kleine drenge, Hebbe. Ich hab sie mit dir! Die kleine drenge, die råber auf deres Mutter, wenn sie bange oder sprunnen. Das ist gut, Karl. Ich hör mehr über die drenge, dann schütze ich mit ihnen. Ernst, komm bitte! Komm her! Ernst, komm bitte! Ich denke, wenn man gammel genug ist, wird man auch gammel genug ist. Ich hab rüber ab efter sich selbst. Wiederhol, es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. 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 Ich bin nahe. Das ist fast vorbei. Ich bin nahe. Ich bin nahe. Vielen Dank.